Herzlich willkommen. Auf einem Video der philippinischen Armee sieht man, wie die chinesische Küstenwache Ende März ein philippinisches Boot bei den Spratly-Inseln mit dem Wasserwerfer bedrängt. Solche Zwischenfälle gab es in den vergangenen Jahren immer wieder. Peking will verhindern, dass Manila seinen Außenposten auf einem Atoll versorgt, das China für sich beansprucht. In diesem Kontext empfing Joe Biden am Donnerstag den philippinischen Präsidenten Ferdinand Marcos Jr. und Japans Premierminister Fumio Kishida im Weißen Haus. Dabei ging es um ein neues Bündnis angesichts des chinesischen Drucks in der Asien-Pazifik-Region. Anders als sein Vorgänger Duterte nimmt Marcos eine harte Haltung gegenüber China ein und die US-Streitkräfte haben Zugang zu neuen Stützpunkten in den Philippinen. Beide Länder sind seit 1951 durch ein Verteidigungsabkommen verbündet. Und Manila und Tokio verhandeln über eine wechselseitige Stationierung von Streitkräften. Die Philippinen als neuer Mitspieler in der Asien-Pazifik-Region. Ein Blick auf unsere Karten. Die Philippinen sind Teil des pazifischen Feuerrings in Südostasien. Mit einer Küstenlänge von 36.000 Kilometern nimmt das Land eine strategisch bedeutende Lage ein, denn es grenzt im Osten an die Philippinensee, im Norden an die Luzon-Straße und im Westen ans südchinesische Meer. Von den über 7.000 Inseln der Philippinen sind etwa 2.000 bewohnt. Das Land ist eins der bevölkerungsreichsten der Welt und eins der wenigen Asiens, in denen Katholiken mit 80 Prozent die Mehrheit der Bevölkerung bilden. 1898 erklärten die Philippinen ihre Unabhängigkeit von Spanien, mit Unterstützung durch die USA, die anschließend die Herrschaft über die Inselgruppe übernahmen. Die politische, wirtschaftliche und kulturelle Vorherrschaft der USA dauerte auch nach 1946 an, als die Philippinen unabhängig wurden. Bis zum Ende des Kalten Krieges unterhielten die USA dort zwei ihrer größten Stützpunkte im Ausland, Subic Bay und die Clark Air Base. Aber seitdem erhebt China mit seiner neuen Striche-Linie Anspruch auf ein Seegebiet, das 90 Prozent des südchinesischen Meeres ausmacht. Dadurch macht es den Philippinen die Hoheit über Gebiete in ihrer ausschließlichen Wirtschaftszone streitig. Dazu gehören die Spratly-Inseln, praktisch unbewohnte kleine Inseln und Riffe, auf denen China Stützpunkte errichtet und das Garborough-Riff, 220 Kilometer vor Luzon und seit 2012 von China besetzt. Mit dessen Erschliessung würde China über ein Dreieck aus militärischen Stützpunkten mit den Paracel-Inseln und den Spratly-Inseln die Philippinen direkt bedrohen. Kürzlich führten die USA, Japan, Australien und die Philippinen gemeinsame Militärübungen im umstrittenen südchinesischen Meer durch. Für Washington ist das Bündnis mit Tokio und Manila eine Ergänzung seines regionalen Militärbündnisses namens AUKUS. Zu diesem gehören die USA, Großbritannien und Australien und womöglich bald auch Japan. Der Indopazifik bleibt die strategische Priorität der USA. Soweit zu unserem heutigen Fokus. Bis bald! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020